Wer ist? Ähm... Einfach das ist eine Spitzhacke oder das ist einfach der Roman Anker. Ich stelle mich auf den Kopf. Ah! 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 Ih, er will mich küssen. Ah! Hier sind Schwule! Ah! Hilfe! Bamm! Vor die Wand! Schwule, vielleicht gucken ja gerade Leute, die anders, die auf andere, also auf gleichgesinnte Geschlechter sind, bei der Folge zu. Schon mal daran gedacht? Solange wie du jetzt gerade gebraucht hast, hätte ich einer meiner Antwort vergessen, dass ich nichts gegen Schwule habe. Das war jetzt eigentlich nur ein Scherz. Aber solange wie du gerade gelabert hast, hätte ich meiner die Antwort vergessen. Ja, nee, ist klar. Was, das gegen Schwule? Nein, nur wenn sie mich küssen. Das sagt, das ist ein Kronkh immer in dein Let's Place. Ja, ich weiß, ich finde das eigentlich ziemlich cool, ich sage das auch ab und zu mal. Was, du? Du machst Kronkh? Äh, äh, äh. Ich bin in einer Höhe. La-la-la-la-la-la. Hier ist eine ganze, hier ist eine ganze Wand voller Diamanten. Owl. Kann man die abbauen? Nein, kannst du nicht. Stell dir meine ganze Wand voller Weltleiter vor, dann würde ich mich, da würde ich mich umbringen. Da-da! Da-da! Ich renne große Runden, ja, wie steht's da ich bei dir ausordnen? Kriegst du irgendwie jetzt Hilfe, oder? Ja, ne, ich schreib diesem Nobody nur, der checkt gar nix. Okay, das ist sehr gut. Jetzt schreib ich das mal für ganz blöde. Also ist der so ähnlich wie ich. Schreib doch einfach mal Menze oder so an. Ja, ne, kann ja nicht. Ich kann ja nur zu jemandem schreiben, der mich angeschrieben hat. Dann kann ich nur noch, ähm, slash R machen. Also ich kann jetzt keine neue Privat, ähm, machen. Du Ezi, schreib mal Origin LP Brief an, bitte. Moment. Brief! Ja, das A und das T, das wäre zu viel, so viel schreib ich nicht. Ah, da kommt Just schon wieder, Hilfe, ich kann nicht mehr rennen, ich bin tot, ah, Hilfe, ich, Aua, Hunger. So. Hunger! Oh, ich darf nicht großschreiben. Hunger! Ah! So. Yum, 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 yum. Wie findet ihr eigentlich den Yum-Cat? Ja, grob. Ich muss eine kleine Frage. Äh, was? Äh, dieser ist Mr. Dorsi. Der hilft mir ja gar nicht. Oh, 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 oh. Lauf, lauf, lauf. Alle schreiben mich an. Bin überfordert. Gehirn überlastet. Ich bin auch grad überfordert, weil mich jemand mit nem Eisenschwert grad attackiert. Nein, ich bin so blöd. Und, ich bin gestorben. Äh, ich kann ja gar nix machen. Das gibt's doch nicht. Aber ich hab jetzt sensationelle zwei Leute umgebracht. Zwei Leute? Bist du tot? Wer hat, gewinnt jemand, oder? Äh, warum ich tot bin, ist, ich bin, ich musste grad irgendwo runterspringen, weil damit mich der Typ mit dem Eisenschwert nicht tötet. Weil ich hatte gar keine Waffen. Ich bin mal gleich wieder da, ich muss kurz was regeln. Äh, yo. Zwar mit ner Aufnahme sehr super, aber. Ich glaube gerade nicht. Ich bin nur noch für beide da. Ja. Ich habe so viele Leute an der Hand. Hey, dieser Sommusse muss ich so unhilfsbereit. Oder wie auch immer man das sagt. Äh, Arena 1 ist auch freundlich. Ja, genau. Ja, genau. Die kann auch keine Rechtschreibung. Menzel, ich nehme Aho. Hallo Menzel, grüß an dich. Nein. Ich bin dabei, oh mein Gott. Dieses Video, äh, dieses Video wird die meisten Abo abgucken. Er ist dabei, ins Koma zu fallen, weil er es nicht schafft, aus Pepe rauszukommen. So, äh, hat mittlerweile schon jemand gewonnen? Alle, Arena 1. Ja, endlich. Er hat mich geportet. Ja, hat's geschafft. Orchel, komm schnell rein. Du, er hat die erste Runde kannst du ja leider nicht. Oh, sind schon alle drin? Ja, ich komm jetzt. Ah, nee, ist alle, Arena 2 sind die. Wir warten immer noch. Wir warten immer noch. Gespannt auf. Ey, das kann ich wieder nix in den Chat schreiben. Schreiben, Runde. Ey, jetzt fängt das wieder an. Du bist ein Held. Das gibt's doch nicht. Ja, nein, da kann ich ja nix für. Wenn du da achtest, du mal mit auf den Chat, ich kann grad nicht alle Infos lesen, die mir hier zugeschrieben werden. Ey, welche Arena gehst du? Ja, Arena 1. Okay, ich komm nicht. Ah, ist, ähm, Ingame. Ja, ich weiß, da läuft doch die erste Runde. Yo. Heimat und, äh, babababababababababam. Sind wir endlich wieder zusammen hier? Das ist ja schon mal recht schön. TPTS. Da hat jemand nicht TPTS, worum sie schreiben können. So, Lego Master Kill Skybeuter mit Iron Schwert. Damit ist Lego Master noch im Rennen. Und wer noch? Fragezeichen. Du 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 du. Mann, hast du nur gute Gesangsquote. Ja, ja, total. Mann, 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 Mann. der war energie mach einfach list aber nicht list machen bekomme ich alle spieler und ich will nicht alle spieler haben nein ich will nicht dann willkommen ich alle game game er mit ihr wollt eure bänden kosten sparen geht zum wort tauschen bis hier alles gut durch wenn kosten und für ben kosten und ich kenne kein bänden 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 ok ich wollte gerade sagen her meine bänden kosten bist du energie nein ich warte in der lobby jetzt tue ich noch mal die london ich bin ein mit es klappt das ist doch kürzelt das ist und keine bösen Wörter minderjährige gucken sich das an mit minderwerten ich habe es gar nicht bei minderwertigen verstanden wenn der jährige einer meiner zuschauer ist mit derartig das ist das mal gesagt sein dann ist normal aber gibt es nur so alte knacken 80 jährigen so zwei Leute sind auch drin im game wie lange brauchen sie alter Kuschel hier drin oder was Bobi 2 2 1 in Kälter diesen Anilson Klinik ach stimmt selbst nicht hier steht sie auf dem Schild stimmt was Bobi 21 und Lego Master liefern sich da drinnen hoffentlich gerade einen was ich hier erst mal für recht schreibe ich wieder rein packe epischen fight und wer gewinnt die runde fragezeichen fight weißt du wie ich das schreibe v a e i t toll ne ok die die Orgin hat sie raus geschafft ach nie wirklich nein guck mal ich war ich war gerade nicht da ich war davon warte mal k k k k k k k ok wir haben ich will ich mich schon mal kurz schreiben wir machen nur eine Runde weichen k k k k k k k k w k k k k k k ich musste auf klo habe ich mir was zu essen gemacht ja ja ich weiß aber ich glaube ich glaube ja ich glaube ja leise das weggehen an sich hat meine ich eigentlich jetzt geht mein internet ziemlich gut ja das ist mir auch aufgefallen ich habe euch ich habe euch aber wieder drinnen schieben sich gegenseitig ihr schwert in den oder was hast du mir was mitgebracht zu essen schwert und ins gesicht mehr in jahr hat der hört man so richtig nicht kaum und schmerzen wir haben wird das gerade richtig toll also nur noch schmerz 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 ungefähr so macht sich sehr gut in meinem display muss ich schon sagen muss es sein ich hab dir ich hab seit anderthalb tagen nichts gegessen ja genau er ist so ganz zugekommen so Prozent ja Prozent und so ist natürlich bis jetzt aber nicht mit ins Hangar Gang gekommen aber ich glaube ich schaffe das noch nicht mehr und schon ich mache mal hg lief so eine game ok und wir waren noch gespannt ob Bobby oder Legomaster gewinnen und währenddessen bin ich hier wirklich emotional am ausrasten nicht greift schmerz siel und erstmal aber auch anders gehen sie letzten und ja doch auch ein grieber gesicht drauf also machen wir keine runde Hanger games mehr ja ich werde es die die da gezockt haben die werde ich jetzt gewinnen lassen für heute und weil wir können eine Stunde aufnehmen wir sind schon bei 21 minuten scheiße echt schnell ging wie schnell wie schnell immer diese stunden umgehen ja das ist krass war der enttisch ging der müsste mal seinen kopf nach oben machen das wäre glaube ich ganz lustig da würde ich das kind mal sehen aber ich glaube der beobachtet gerade wie seine zehn nickel wachsen den habe ich vorhin gesehen habe ich umgebracht ein schöner skin ist hier bei hangar games da es nur noch nun mal ja das sieht aus wie die sind wie so ein Pilot oder so sie aus wie von der Star Wars Ben Kenobi und ich würde sagen er hat ziemlich knappe Hosen und durch das mal hey nein er dauert das dauert nicht raus hängt in dieser HH die müssen es gehen noch weiter runter und dieses Pinke da wo ist denn der er wurde keine Ahnung du wirst gegangen Betr Toll leeren drin in Sorten durch da hat er kommt zum 1 gehen ist da ich hab ihn selbst erstellt ich muss er auch aber es gibt ich meine auch gibt schon bessere es gehen muss man sagen also zum Beispiel er wird er sein der Haare und in der Hand und da haben es gehen natürlich der beste er ist auch hier wo er jetzt in ihr weg meinst du bist Prozent nur durch dich mir ist aufgefallen ist und scheiß ich bin ja ich gehe noch eine Schule ja das ist so eine stunde nach schule viel 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 lang wir machen wir machen habe ich schon und gewonnen hat bobby 21 herzlichen glückwunsch bobby 21 du bist auf der ehrensäule fürs erste so was wollen wir denn jetzt noch machen die letzte viertelstunde in wir in neubaugebiet und du sie muss mich erst mal raus porten ich stecke hier wieder fest wie vorhin und jetzt aufwärme mal gerade hier aus der ort schon kann sich ja dann zu uns porten wenn er fertig ist ja und wir haben das ist ein hauptfeld ich muss erst nie hoch und besucher einfach mal nach ein paar häusern die richtig schön aussehen und da habe ich da schon gerade ein auffälliges gefunden das haben wir ja vorher schon mal gesehen das sieht aus wie ein creeper pilz natürlich vorhin hast du aber was anderes gesagt das sage ich zum display lieber nicht was ich dazu gesagt nein da hast du recht ein skin das glaube ich ja von minecarter oder ja da wollen wir mal weiter gucken ob wir ein paar typen sehen und dann eventuell ein paar häuser also mein haus ist immer noch am schönsten ja das ist ja von minecarter ich habe das waren ich habe noch gar keins gebaut aber ist meins ist am schönsten ja genau und ja es wäre aber ganz cool wenn du in daneben ja ich kann nicht mehr laufen hier kommen die seite ich komme ja hier ich lege eine fleischspur wenn der da folgt mit an mein fleisch gibt es ja auch ja